Home Assistant ist ja das Tool schlechthin in der Gebäudeautomation aktuell, wenn es um das Thema Schnittstellenvielfalt geht. Und im letzten Video habe ich euch ja gezeigt, wie man KNX-Datenpunkte in Home Assistant importiert. Und in dem Video will ich euch jetzt zeigen, wie ihr andere Datenpunkte aus Home Assistant, beispielsweise aus Zigbee oder aus einer Wettervorhersage, wie ihr diese Datenpunkte in KNX zur Verfügung stellen könnt. Wie genau das geht, das zeige ich euch nach dem Intro. Also in diesem Video wollen wir uns anschauen, wie ich verschiedene Home Assistant Datenpunkte bzw. Entitäten in KNX zur Verfügung stellen kann. Und dafür möchte ich euch zwei Varianten zeigen. Einmal den Weg über die Expose-Funktion der KNX-Schnittstelle in Home Assistant und einmal die Variante über Automatisierungen. Das ist vor allem dann interessant für Taster oder wenn ich eben explizit auch etwas schalten möchte in KNX. Dafür bin ich jetzt hier wieder in meiner Home Assistant Installation aus dem letzten Video. Das Einzige, was ich seitdem gemacht habe, ist, ich habe ein paar Zigbee-Datenpunkte angelegt, nämlich einmal einen Bewegungsmelder, einen Fensterkontakt und zusätzlich noch einen Taster, den man jetzt hier auf dem Dashboard nicht sieht. Aber ihr könnt schon näher ahnen, zu was es vielleicht in Zukunft auf dem Kanal auch noch so ein Video geben wird. Dafür am besten natürlich abonnieren, um das Video nicht zu verpassen. Und was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte einmal den Fensterkontakt, also die Information, ob offen oder geschlossen, und aus der Wettervorhersage, die Temperatur, die möchte ich auf dem KNX-Bus bringen. Und dafür gibt es die Möglichkeit, die Expose-Funktion aus der KNX-Schnittstelle zu benutzen. Dafür wechsle ich einfach mal hier kurz in die Dokumentation. Und dann gibt es hier den Abschnitt Exposing Entity States, Entity Attributes or Time to KNX-Bus. Hier wird schön beschrieben, wie man einzelne Datenpunkte bzw. Attribute auf den KNX-Bus bringt. Nämlich in meiner KNX-Konfiguration, in meiner YAML-File, muss ich Expose anlegen. Und hier lege ich dann wieder in einer Art Array die einzelnen Datenpunkte an, die ich von Home Assistant nach KNX freigeben möchte. Und das Schöne ist, ich kann damit zum Beispiel Home Assistant auch verwenden als Zeit- und Datumserver, bzw. Uhrzeitserver für meinen KNX-Bus, damit auch mein KNX-Tasten die richtige Uhrzeit angezeigt wird. Das machen wir jetzt auch schnell. Und das Ganze ist, wie gesagt, relativ simpel. Wir wechseln wieder in unsere YAML-File, in unsere KNX-YAML-File. Die hatten wir ja im letzten Video schon angelegt. Falls euch das nochmal interessiert, bzw. ihr euch das nochmal angucken möchtet, hier oben ist das Ganze nochmal verlinkt. Und hier haben wir ja schon mal die verschiedenen Funktionen, also Licht und Chalosie angelegt. Und was ich jetzt mache, ist etwas weiter hier unten in der YAML-File, oder ihr könnt auch eine extra YAML-File dafür erstellen, ist, ich füge diesen Eintrag Expose hinzu. Und dann fängt so ein Datenpunkt erst einmal mit einem Minus an und type. Und hier muss ich jetzt den Typen definieren. Und dieser Typ, den ich hier definiere, das ist letzten Endes der KNX-Typ. Und wie finde ich den raus? Naja, am besten auch einfach mal wieder in die Dokumentation wechseln. Und wenn ich dann hier zu Sensor gehe, und hier mal ein bisschen runterscrolle, dann sehen wir hier die verschiedenen Typen, die ich konfigurieren kann. Und hier sind alle Typen, die ich jetzt hier verwenden kann. Und zusätzlich dazu gibt es noch die Typen Binär, Zeit, Datum oder Datum und Zeit. Wir machen jetzt einfach mal Datum und Zeit als Typ. Also wir übertragen hier auf einen Datenpunkt Datum und Uhrzeit. Und dann muss ich eigentlich nur noch die Adresse definieren. Da nehme ich bei mir jetzt mal die 1515.0, das Ganze natürlich in Gänsefüßchen. Und mehr müssen wir bei Datum und Uhrzeit auch gar nicht konfigurieren. Das gleiche gilt für Datum alleine und Zeit alleine. Und schon haben wir hier unser Home Assistant als Zeit- und Datumserver für unsere KNX-Anlage verwendet. Ja, so weit, so gut. Machen wir mal weiter mit dem Fensterkontakt. Also auch hier wieder Type. Und da nutzen wir jetzt Binary, denn der Fensterkontakt ist ja im Binäreingang. Und jetzt muss ich hier im Gegensatz zu Date und Time die Entity-ID anlegen. Also jetzt muss ich quasi sagen, welcher Datenpunkt, welche Entität darauf exposed werden soll. Und hier sehen wir jetzt schon, werden mir die vorgeschlagen. Hier in der Installation ist das ja nicht viel. Wenn ich aber nicht mehr weiß, welche Entitäts-ID das Ganze ist, geht das relativ einfach. Ich wechsle hier mal in die Übersicht, suche mir den Datenpunkt raus, den ich exposen möchte. Klicke hier einmal drauf. Auf die Einstellungen und dann wird mir hier die Entitäts-ID angezeigt. Also BinarySensor.Fensterkontakt-Opening. Und das machen wir jetzt auch mal. BinarySensor.Fensterkontakt-Opening. Auch hier muss ich jetzt wieder eine Adresse definieren. 1501 nehme ich da an der Stelle einfach mal. Und damit haben wir das Ganze schon fertig konfiguriert. Und das testen wir jetzt auch einfach mal aus. Ich speichere das Ganze einmal ab. Dann kennen wir das Spiel ja. Wir wechseln in die Entwicklerwerkzeuge. Prüfen einmal, ob die YAML-Datei auch funktioniert. Da sehen wir schon, habe ich hier einen Tippfehler. Hier fehlt ein D. Jetzt sieht das Ganze besser aus. Und dann laden wir einmal KNX neu. Dann bin ich jetzt hier auf meiner KNX-Installation in meinem Demo-Board. Wir sehen hier schon ein paar Werte. Das ist aber nichts von Home Assistant. Und jetzt tue ich einfach mal den Fensterkontakt aktivieren. Und wir sehen, Home Assistant schickt mir den Wert aus. Also in dem Fall ist jetzt der Fensterkontakt geschlossen. Offen bedeutet jetzt hier in dem Fall ein. Datum und Uhrzeit, das haben wir jetzt hier leider nicht gesehen. Dafür war ich zu langsam. Aber das können wir einfach mal gucken, indem wir eine Leseanfrage an die 15.00 schicken. Ich gehe hier einmal auf Lesen und dann sehen wir, kriegen wir hier auch Datum und Uhrzeit geschickt. Also auch das funktioniert wunderbar. Was wir hier jetzt natürlich sehen ist, ich habe die Gruppenadressen nicht in der ETS angelegt. Deshalb werden sie mir hier in der Diagnose nicht sauber angezeigt. Und auch wenn wir hier einen IP-Router bzw. einen Linienkoppler zwischendrin haben, der würde diese Telegramme hier rausfiltern. Deshalb empfiehlt es sich, das habe ich ja schon im letzten Video gezeigt, diese Dummy-Applikation zu verwenden und die Gruppenadressen hier unten anzulegen. Das mache ich jetzt mal schnell und verknüpfe das Ganze. Ich habe jetzt hier das Dummy-Device mit den entsprechenden Objekten und den Gruppenadressen verknüpft. Bei den Objekten muss nur darauf geachtet werden, dass diese den richtigen Datentypen haben. Also zum Beispiel 8 Byte bei der Datum- und Uhrzeit und 1 Bit beim Fensterkontakt. Weil ansonsten könnt ihr an diese Gruppenadresse keine richtigen ETS-Geräte verknüpfen. Wenn ich jetzt in die Diagnose nochmal gehe und nochmal den Fensterkontakt bediene, dann sehen wir jetzt hier, wird das auch in der Diagnose sauber dargestellt. Dann hatte ich gesagt, möchte ich noch hier diesen Forecast übertragen auf KNX. Also die Temperatur von heute und die Temperatur von morgen. Dafür wechsle ich wieder hier rüber in Visual Studio Code. Und dann ist das jetzt hier ein neuer Eintrag vom Typen Temperatur. Und die Entity-ID, die ist jetzt hier weather.forecast.youtube. Hier jetzt in meinem Fall Forecast YouTube, weil meine Home Assistant Installation hier YouTube heißt. Und dann ist es jetzt so, wenn wir uns das mal anschauen, diese Entität, der Forecast, steht ja hier jetzt mit dem Wert regnerisch. Das ist hier der Wert von der Entität. Und zusätzlich dazu gibt es hier diese Attribute. Und die müssen wir jetzt definieren. Und zwar gehe ich wieder zurück hier in Visual Studio Code. Und dann gibt es jetzt hier noch den Eintrag Attribute, das ich jetzt hier als String definieren muss. Die Frage ist jetzt aber, woher weiß ich, wie dieser String heißt? Dafür ist es am einfachsten, wenn man mal in die Dokumentation wechselt. Und dafür müssen wir auf den Eintrag Weather wechseln, hier in der Home Assistant Beschreibung. Also hier oben einfach mal nach Weather suchen. Und dann sehen wir jetzt hier alle Attribute, die dieser Wettereintrag hat. Und da sehen wir hier den Wettereintrag Temperature. Und den kopiere ich mir jetzt. Füge ihn hier hinzu. Brauche jetzt noch die Adresse. Und damit übertragen wir jetzt hier aus der Entität Wetterforecast das Attribut Temperatur auf die Adresse 1502. Das können wir schon mal testen, indem ich das Ganze wieder deploye. Erstmal prüfe ich wieder. Dann starte ich KNX neu. Und dann dauert das bei der Temperatur unter Umständen ein Weilchen, bis ich die gesendet bekomme. Alternativ kann ich das Ganze natürlich auch einfach lesen. Sehen wir jetzt hier, ich habe eine Leseanfrage geschickt. Und als Antwort kriegen wir die 17,9 Grad. Und das ist tatsächlich auch die aktuelle Temperatur. Also das hat schon mal funktioniert. Die Wetterinformationen für die nächsten Tage zu übertragen, das wird tatsächlich etwas komplizierter. Dafür kann ich hier nicht diese Expose-Funktion so einfach benutzen. Das würde hier den Rahmen des Videos einfach sprengen. Wenn ihr das gerne sehen wollt, dann lasst mich das einfach mal in den Kommentaren wissen. Denn dafür braucht es Templating. Und das wäre wirklich ein Thema für ein eigenes Video. Was ich jetzt stattdessen machen möchte, ist, dass ich diesen Taster hier, diesen Zigbee-Taster, verwenden möchte, um beispielsweise Beleuchtung zu schalten. Und auch dafür brauchen wir Automation. Und zwar gehe ich dafür einmal in der Geräte, auf meinen jeweiligen Taster, den ich jetzt hier verwenden möchte, beziehungsweise wo ich diese Automation hinzufügen möchte. Bei mir ist das jetzt hier dieser Zigbee-Taster, füge hier eine neue Automatisierung hinzu und kann jetzt hier eine Automatisierung mit dem Gerät hier erstellen. Und hier kann ich jetzt sagen, tue etwas, wenn beispielsweise die Taste gedrückt wird. Also, wenn jetzt die Taste gedrückt wird, dann soll etwas passieren. Und wenn jetzt diese Taste gedrückt wird, dann möchte ich beispielsweise, dass die Beleuchtung im Badezimmer ein- und ausschalten. Jetzt ist es ja aber so, dass diese Automatisierung immer nur dann ausgeführt wird, wenn ich diese Taste drücke. Steht ja hier oben. Ich muss jetzt hier aber überprüfen, auf was für einen Zustand ist denn jetzt aktuell meine Beleuchtung. Denn abhängig davon muss ich ja den Wert schicken ein- oder aus. Ich möchte hier an der Stelle umschalten. Dafür gibt es hier unten eine Wenn-Dann-Verknüpfung. Ich füge jetzt hier eine Bedingung hinzu, nämlich der Zustand von meinem Lichtbadezimmer wird überprüft, ob er an ist. Also hier wird erst einmal überprüft, ist das Licht im Badezimmer an? Wenn ja, dann möchte ich hier einen sogenannten Dienst ausführen. Und dieser Dienst heißt jetzt hier knx.cent. Und hier kann ich nämlich jetzt festlegen, an welche Gruppenadresse etwas geschickt werden soll. Das ist jetzt hier in diesem Fall die 1050. Und in diesem Fall soll der Wert false geschickt werden. Also wenn das Licht an ist, dann soll auf den knx-Bus an die Adresse 1050 der Wert false geschickt werden. Ansonsten, also hier unten else, auch wieder einen Dienst ausführen, wie der knx.cent. Ansonsten möchte ich an die Adresse 1050 wieder den Wert einschicken. Das Ganze speichere ich jetzt einfach mal ab. Nenne das Beleuchtung Badezimmer. Klicke auf Speichern. Und damit haben wir diese Automatisierung jetzt zu unserem Taster hinzugefügt. Und ich wechsle jetzt einfach mal rüber wieder in die ETS. Und wenn ich jetzt die Taste hier drücke, dann sehen wir, kommt von Home Assistant der Befehl zum Schalten, das Licht soll eingeschaltet werden. Möchte ich wieder ausschalten, drücke ich einfach nochmal. Und wir sehen, die Automatisierung läuft. Wenn jetzt die Automatisierung nicht ganz funktionieren sollte, so wie ich es gerne hätte, also hier ich nachgucken möchte, was da eigentlich genau passiert, dann kann ich das super einfach machen. Ich gehe wieder auf die Automation und gehe hier auf Abläufe. Und hier sehe ich jetzt, wann diese Automationen durchgeführt wurden. Und sehe hier auch sehr schön, was genau passiert ist. Also die Taste wurde gedrückt. Danach wurde eine If-Else, also eine Wenn-Dann-Abfrage gemacht. In dem Fall kam raus, dass die Beleuchtung aus ist. Dementsprechend wird hier der Dienst hier ausgeführt, dass an die Adresse 150 der Wert 1 geschickt wird. Beim nächsten Befehl genau das Gegenteil. Die If-Condition war true. Dementsprechend wird der rechte Pfad ausgeführt. Und wir sehen hier, wurde ein False geschickt. Also damit kann man sehr schön diese Automationen debuggen. Und darüber könnte ich jetzt beispielsweise auch Textnachrichten an Karnik schicken. Was wir jetzt hier gesehen haben bei der Automation, das war jetzt hier diese grafische Benutzeroberfläche. Was es auch noch gibt, ist die YAML-Variante, beziehungsweise diese grafische Oberfläche sorgt dafür, dass diese YAML-Datei erzeugt wurde. Und hier sehen wir jetzt den Trigger. Condition haben wir ja keine angelegt. Und dann die Action If-Then-Else. Und hier im Prinzip was ausgeführt wurde. Wobei ich es gerne so mache, dass ich so lange wie möglich in der grafischen Oberfläche arbeite und nur dann für spezielle Sachen in diese YAML-Variante wechsel. Die kann ich übrigens auch mit dem Visual Studio Code Server bearbeiten. Und zwar findet sich diese Datei hier unter automations.yaml. Und hier sehen wir diese erste Automation, die hier angelegt wurde. Also theoretisch könnte ich das Ganze jetzt auch hier drin bearbeiten. Und das sind die zwei Möglichkeiten, die ihr eben habt, um über Home Assistant direkt Datenpunkte nach KNX zu schicken. Also einmal über die Expose-Funktion. Das ist wirklich eher rein für Sensoren gedacht. Temperaturfühler, Feuchtefühler, Fensterkontakte. Für all das würde ich die Expose-Funktion benutzen. Und alles, was eben ein bisschen mehr Logik braucht, beziehungsweise zum Beispiel auch dieses Templating, dafür würde ich dann die Automation nutzen. Es gibt natürlich auch noch andere Varianten, wie ihr Home Assistant Datenpunkte nach KNX bringen könnt. Beispielsweise über Node-Red, das ihr in Home Assistant installiert und dort dann über die Home Assistant Bibliothek. Wäre auch eine Option. Ich persönlich finde aber die Variante, dass ich möglichst nur in Home Assistant arbeite, am schönsten. Damit soll es das auch für dieses Video gewesen sein. Hier habe ich euch jetzt noch das erste Video aus der Home Assistant Reihe verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um zukünftige Videos nicht zu verpassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.